Ein möglicher Short-Up-Verkauf steht kurz bevor. Dafür spricht diese bearische Divergenz auf dem Daily-Timeframe sowie ein Double-Top. Aber auch auf dem 4-Hourly-Timeframe könnten wir jetzt ein Breakout sehen. Und damit auch ein herzliches Hallo von meiner Seite. Mein Name ist Timo und wir werden euch heute wieder in diesem Video zu den wichtigsten Geschehnissen aus dem Cryptospace updaten. Heute leider ein relativ später Upload, aber ich denke, das könnt ihr mir alle verzeihen. Ich war bis gerade eben noch mit der Familie unterwegs. Ich hoffe, auch ihr hattet schöne Feiertage, habt die freie Zeit genossen. Jetzt würde ich sagen, starten wir aber einmal direkt rein ins Video. Leute, wir hatten in den Charts auf dem Day-Chart mehrere verschiedene Indikatoren, die jetzt ein Short-Breakout indizieren. Gleichzeitig hatten wir jetzt heute, wie ihr hier sehen könnt, minus 2% das Short-Breakout auf dem Auli. In diesem Sinne wollen wir uns nochmal Daily und Auli-Timeframe anschauen. Und ich würde sagen, wir starten auch direkt in meinem Daily, denn wir haben hier verschiedene Zeichen. Und zwar einmal haben wir hier ein Double-Top. Das bedeutet, wir haben hier zwei Tops. Double-Top ist üblich dafür, dass wir danach nach unten hin ausbrechen. Gleichzeitig könnte man hier auch davon sprechen, dass wir ein M-Pattern bilden. Sollten wir beispielsweise bis zu 40.500 US-Dollar erneut fallen, würden wir hier so ein M-Pattern gebildet haben. Ich kann es natürlich nochmal einzeichnen, aber ich denke, ihr erkennt, was ich meine. Und damit haben wir natürlich schon mal zwei wichtige Indikatoren, die dafür sprechen würden, dass wir hier eher Short gehen. Gerade weil wir jetzt hier beim zweiten Versuch dieses Level von, ich sage jetzt mal, 45.000 US-Dollar anzutesten, es nicht geschafft haben, darüber auszubrechen. Und es dementsprechend sehr gut sein kann, dass wir deshalb abverkauft werden. Gleichzeitig haben wir hier immer noch die immer noch andauernde Bearish-Divergenz, kann man hier sehr gut erkennen. Und zwar haben wir hier sinkende Highs, also Lower Highs beim RSI und Higher Highs beim Kurs. Und dementsprechend sind wir hier auf jeden Fall immer noch unter dieser Trendlinie geblieben, was den RSI angeht. Und damit bleibt diese Bearish-Divergenz natürlich weiterhin valide und auch zunehmend gefährlich für uns. Natürlich sage ich gefährlich nur für die Leute, die jetzt long sind. Ich persönlich bin natürlich auch long, aber trotzdem fände ich es super, wenn wir mit dem Bitcoin-Kurs nochmal abverkauft werden, weil dann kann man nochmal schön nachkaufen, bevor es dann mit dem Bullenmarkt durch Spot ETFs, Harving und sonst was noch losgeht. Und davor würde ich natürlich gerne nochmal nachkaufen, am besten so günstig wie möglich, sage ich jetzt mal. Und dementsprechend fände ich eine Korrektur zum momentanen Zeitpunkt auf jeden Fall sehr, sehr schön. Jetzt wollen wir natürlich nochmal vorgehen zum Stundenchart. Denn auf dem Stundenchart können wir erkennen, haben wir jetzt hier, ich lösche mal kurz diese Zeichnungen hier rein von dem Double Top, haben wir jetzt hier unsere Seitwärtsbewegung gehabt, wo wir nach unten hin ausgebrochen sind, dann wieder rein. Aber wir haben hier diese Trendlinie, diese Downtrendlinie gehalten mit dem Kurs, sind nicht rübergekommen und sind dann heute letztendlich wieder davon weggebaut. Und jetzt wird es natürlich interessant, ob wir jetzt hier weiter nach unten fallen, denn hier haben wir natürlich momentan noch recht viel Volumen in dieser Zone, wo wir jetzt gerade antesten. Und die Vor-Auli-Candle, die ja jetzt vor sechs Minuten gerade geschlossen hat, wurde natürlich auch wieder ziemlich krass aufgekauft. Also wir waren zwischenzeitlich schon fast bei 42.000 US-Dollar und wurden aber jetzt bis auf über 42.500 US-Dollar wieder aufgekauft. Und das ist natürlich dann erstmal ein Zeichen dafür, dass wir hier schon sehr guten Support unter uns haben und sehr viel Volumen. Und die Kaufkraft natürlich momentan einfach so hoch ist hier unter uns, dass es schwierig wird, mit dem Kurs noch weiter zu fallen. Ich bleibe aber trotzdem zuversichtlich, dass wir hier weiter nach unten gehen, eine Korrektur sehen und man dann nochmal günstig nachkaufen kann. Und in diesem Sinne, Leute, war es das auch mit der Chartanlösung und dem gesamten Video. Ich hoffe, euch hat das für immer gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne ein Like oder ein Abonnement da und aktiviert die kleine Glocke, dann verpasst ihr nichts mehr von unserem Daily Content. In diesem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns zum Video morgen wieder. Bis dann, Leute. Ciao.